Hallo Waage, hier ist deine Jahresvorschau für 2025. Du bist bei den Astro Antwort Impulsen. Mein Name ist Anni Dillmann. Ich freue mich natürlich riesig, dass du auch diesmal wieder dabei bist. Lasst mich sagen, danke für eure Likes, für eure Abos, weil wir haben jetzt vor einiger Zeit diese 3000 Abonnenten Marke erreicht. Das ist natürlich wieder ein kleiner Meilenstein für uns, für mich und freue mich natürlich riesig darüber. Inzwischen haben wir noch mehr Zuwachs bekommen. Danke dafür. Ihr seid spitze, das wäre natürlich ohne euch nicht möglich gewesen. Wenn wir hier von Jahresprotoknose sprechen, liebe Waage, bleibe bitte immer in der Selbstverantwortung. Was nicht für dich ist, das lass bitte liegen. Alles kann, nichts muss und wenn du mit irgendwas in Resonanz gehst, dann spürst du das auch immer ganz deutlich. Lass uns jetzt beginnen, nachdem die Vorrede beendet ist und lass uns mal in die Energien reinschauen. Wir haben hier schon eine Hauptenergie im allgemeinen Bereich. Wir haben hier eine Hauptenergie im Bereich der zwischenmenschlichen Verbindungen und wir haben jetzt oder bis jetzt noch nicht mehrere Energien auf einer Position. Im Moment sieht es noch relativ aus, gewogen aus. Also schauen wir mal rein. Wir haben hier das erste Quartal. Oh, habe ich gerade noch so laut geschrien? Wir haben nur eine Energie auf jeder Position. Wir haben das zweite Quartal, heißt natürlich Januar, Februar, März, April, Mai, Juni und jetzt kommt das dritte Quartal. Lass uns mal weiter schauen. Haben wir das hier. Und jetzt haben wir im vierten Quartal auch noch zwei Energien liegen heute wieder mal mit dem Tarot der leuchtenden Engel. Ist irgendwie mein Lieblingsdeck. Ich finde das so toll, dass die Karten so schön rund sind. So, hier haben wir auch noch eine Quintessenz. So, liebe Waage, lass uns mal reinschauen, was hier so drin sein könnte, was hier so das Thema sein könnte. Ich hoffe nur Gutes. Aber wie du weißt, kann ich das nicht beeinflussen. Und es wird alles live gelegt und es kommt auf den Tisch, was eben kommt. Und ja, schauen wir mal rein. Wow, wow. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, liebe Waage. Zehn der Münzen. Und zehn der Münzen schlagen immer alle Herzen höher, weil das eine sehr gute Energie ist. Es ist also alles möglich bei dir, liebe Waage. Vom absoluten Selbstwert, von der absoluten körperlichen Fitness und auch vom materiellen Zuwachs her. Also in diesem Jahr ist tatsächlich alles drin. Und was ich noch dazu sagen will, es ist das Potenzial für dieses Jahr. Und das ist maximal im körperlichen Bereich. Das ist maximal im materiellen Bereich. Und es ist auch im Bereich des persönlichen Lebensgefühls absolut alles drin. Das sieht ja schon mal gut aus. Mir kommt das hier gerade so dunkel vor. Warte mal. Ah, siehst du, es werde Licht. Das kam mir doch gleich so komisch vor. Ja, so. Jetzt ist auch noch Licht geworden. Jetzt schauen wir mal auf den zwischenmenschlichen Bereich. Und hier haben wir auch wieder so eine Energie. Was haben wir jetzt hier liegen? Judgment bedeutet, das Gericht ist eine der höchsten Energien im Tarot. Und das Gericht spricht eigentlich davon, dass man so eine Art Wiederauferstehung erlebt. Jetzt kann das natürlich viele Bedeutungen haben. Wiederauferstehung einer alten Liebe, Wiederauferstehung in dem Sinne, dass man vielleicht eine neue Liebe findet. Wiederauferstehung steht auch dafür, dass man das zurückbekommt, was man eingezahlt hat. Und das ist natürlich jetzt hier gerade auch mit der Zehn der Münzen eine super Aussage für dich, liebe Waage. Einfach deswegen, weil diese Auszahlung von positiven Dingen, die man im Leben eingezahlt hat, auch was mit deinem persönlichen, ja, mit der persönlichen, mit dem persönlichen Selbstbild zu tun hat. Ja, oft ist das so, dass wir die Guthaben vom Schicksal, die wir haben, nicht abholen oder nicht abrufen, weil wir uns selbst daran hindern. Das ist wie mit einem Konto, wo du nichts abhebst. Du hast, jetzt muss ich gerade überlegen, zwischen Dispo und Saldo. Du hast ein Saldo, du hebst aber nichts ab und dann hast du natürlich auch nichts auf Tasche. Ja, aber im Schicksal ist das ein bisschen genauso. Man muss das, was man gut ist, eingezahlt hat, tatsächlich auch vom Konto abheben. Und dazu braucht man seinen persönlichen Selbstwert. Sieht schon mal ganz gut aus. Lass uns mal die Orakelkarten fragen, was man hier zum Thema zwischenmenschliche Verbindungen, Liebe, Seelenpartner zu sagen hat. So, gib uns mal eine Energie, einen Ansatz zum Denken. Und das finde ich jetzt sehr passend. Wir haben jetzt hier die Energie, forgiving und learning. Deswegen muss ich jetzt davon ausgehen, liebe Waage, dass es da in der Vergangenheit irgendetwas gab, was es zu vergeben gibt. Und in der Vergangenheit hast du wahrscheinlich mehr gegeben, als du bekommen hast. Und du solltest aus diesem Umstand etwas lernen. Und so wie ich es hier sehe, liebe Waage, hast du das auch getan. Schauen wir mal rein hier. Noch eine Energie bitte für die Waage. Danke. Genau. Und das ist genau positives Denken und Vertrauen. Wird dir eine Romanze bringen? Wird dir vielleicht neue Gefühle bringen? Schau mal hier. Und das ist ja genau das, was ich hier eben mit diesem Saldo gesagt habe. Ja, wir häufen gute Guthaben an beim Schicksal, holen das Guthaben aber nicht ab, weil unser persönlicher Selbstwert noch nicht stimmt. Und ich denke, liebe Waage, damit ist es in 2025 vorbei. Ja, du wirst deinen wahren Wert erkennen. Und das wird natürlich zur Folge haben, dass dieser Selbstwert von niemandem mehr runtergeschraubt werden kann. Und das ist natürlich gut so. Schauen wir jetzt mal auf den 3D-Bereich in deinem Leben. 3D bedeutet deine Arbeitsstelle, Arbeit finden, Geld verdienen, Projekte, Selbstständigkeit, was auch immer. Und hier sieht es so aus, wir haben hier die drei der Stäbe. Und hier sieht es so aus, liebe Waage, dass du nach einer Phase des langen Überlegens, des Abwägens, der Planung hier tatsächlich einen Schritt in die Verwirklichung von neuen Vorhaben machst. Es kann sein, zum Beispiel, wenn du längerfristig arbeitslos warst, liebe Waage, dass du jetzt tatsächlich die richtigen Schritte unternimmst, damit dieser Zustand endet. Das heißt aber nicht, dass ich dir unterstelle, du hättest nichts getan. Aber manchmal geht man immer so die eingefahrenen Muster lang und muss selber erst mal reflektieren, welche Muster habe ich denn jetzt? Wie komme ich denn aus dieser Schleife raus? Wo habe ich einen Denkfehler gemacht? Wo könnte ich ansetzen? Durch welche Tür könnte ich gehen, die ich noch nicht gesehen habe? Ja, und hier sieht es aus, als wenn etwas aufblüht. Das kann ein neuer Job sein, nur das Projekt, neuer Arbeitsvertrag, neuer Geschäftszweig, neue Aktivitäten. Weil die Stäbe stehen immer für die Aktivitäten dafür, dass man in die Aktion geht, dass man Antrieb hat. Und das sieht hier sehr gut aus. Also eigentlich für 2025 die beste Basis, die man sich vorstellen kann, liebe Waage. Was haben wir im ersten Vierteljahr? Hier haben wir den König der Stäbe liegen. Der König der Stäbe kann deine Energie sein. Der König der Stäbe kann aber auch dein Gegenüber sein oder ein Partner oder Mensch, der dir begegnet. Und hierbei geht es um einen Menschen, der relativ viel Charisma, Attraktivität und Anziehungskraft hat. Das ist jemand, der durchs Leben geht, der was erleben will, der nicht passiv, der also das ist jetzt kein Typ, der auf dem Sofa sitzt und Chips isst und das Leben beklagt, sondern dieser Mensch ist aktiv vorwärtsdenkend im Leben unterwegs. Beruflich kann das für dich bedeuten, dass du durchaus in Positionen kommst, die möglicherweise gar nicht zu deinem letzten Berufsweg passen, dass du also in irgendeiner Weise weiterkommst, dass du irgendwie so eine Art Führungsrolle übernehmen könntest oder dass du selber vielleicht machst du dich selbstständig im ersten Vierteljahr. Also es sind bisher mega positive Energien. Bei einigen von euch kann es tatsächlich sein, dass hier ein neuer Partner ins Haus kommt und dieser Partner ist sehr charismatisch. Ganz egal, ob das ein Mann ist oder eine Frau. Wahrscheinlich attraktiv, wahrscheinlich sportlich, wahrscheinlich so ein Mensch, der immer weiß, was er will und deswegen auch immer bekommt, was er will. Also eine sehr interessante Persönlichkeit. Schauen wir noch mal mit den Orakelkarten in die Liebe rein. Guck dir das mal an. Guck mal, was hier liegt. Also ich jetzt vorsichtig, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ihr heiratet. Ja, es kann durchaus sein, dass das ein Kandidat ist für eine vielleicht spätere Heirat. Und Heirat heißt nicht unbedingt im wahrsten Sinn des Wortes, dass man Trauschein hat, sondern diese Wedding-Energie steht eigentlich für eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die langfristig ist. Ja, das darf man jetzt nicht so manieristisch sehen. Was heißt das noch in Sachen, guck mal, hier ist was rausgeflogen. Das Schöne an dieser Sache ist, deswegen glaube ich auch, dass das ein sehr deutlicher Hinweis auf die Liebe ist bei, ähm, auch hier gerade mit der, mit dem Gericht, ähm, weil, äh, man lernt sich langsam kennen. Das, und das ist ein sehr wichtiger Hinweis, weil, die Leute, for giving and learning, hatten wir hier oben liegen, ja, erinnerst du dich? Und das bedeutet, dass du mit alten Dingen abschließt, dass du wieder auferstehst, das ist, das ist ja die Symbolik der 20, ähm, neuer Optimismus, Transformation ist abgeschlossen. Und deswegen bin ich hundertprozentig sicher, liebe Waage, dass das jemand ist, den du noch nicht kennst. Dass das Schicksal dich jetzt beschenkt, weil du beschließt, dein Guthaben abzuheben von dem Schicksalskonto. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich habe manchmal ein bisschen viel Metapher drin, da haben sich auch schon mal ein paar Leute drüber beschwert, aber ich bin eben so, ne? Ich verstelle mich halt nicht hier bei den Filmen und so ist es eben. Also schon mal positive Energien ohne Ende. Also ich bin schon mal relativ begeistert. Ich will aber den Tag nicht vor dem Abend loben. Jetzt gucken wir mal, warum haben wir hier im zweiten Quartal 2025 so viele Energien liegen? Heiliger! Hast du Töne? Wir haben hier das Rad des Schicksals, wir haben die Sechs der Kelche und wir haben den Buben der Münzen. Der Bube steht immer für Nachrichten, für Chancen, für Möglichkeiten, für neue Wege. Das kann auch ein Bote sein, der zu dir geschickt wird. Was aber für mich sehr entscheidend ist in dieser Konstellation. Wir haben hier das Rad des Schicksals liegen. Ja? Wir haben hier ein großes Arcanum, wir haben hier ein großes Arcanum und das Rad des Schicksals zeigt sich, wenn man kräftig in die Pedale getreten hat. Und jetzt kommen wir schon wieder zurück, hier auf diese Kernaussage. Selbstwert ist dir klar. Du gehst auch nicht mehr aus deinem Selbstwert raus. Und das hat zur Folge, dass dir bewusst ist, dass du etwas haben darfst, was du dir schon erarbeitet hast vom Schicksal. Das ist schon mal das eine. Ja? Das Schicksal ist ein Fahrrad und wir müssen in die Pedale treten, damit es fährt. So einfach ist das. Von nix kommt nix. Und das ist leider beim Schicksal auch so. Viele Menschen sind einfach so schicksalsergeben. Und selbst ich in meinem Metier hier bin das nicht. Weil das Schicksal ist immer nur so eine Grundlage. Das ist wie eine Straße und ich kann die Straße unbefestigt lassen und einfach da lang marschieren. Aber ich kann die Straße auch schön gestalten. Ich kann an der Seite Häuser bauen. Ich kann eine Allee draus machen. Das ist unter Schicksal zu verstehen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, dass man trotz Karten nicht zu schicksalsgläubig ist. Und man darf nie vergessen, man muss auch selber was dazu tun. Ganz, ganz wichtig. Was haben wir noch? Wir haben hier die Sechs der Kelche. Und die Sechs der Kelche spricht immer für ein absolut positives Lebensgefühl, wo man quasi zu deinem, nicht zu deinem, ja, du findest zu deinem inneren Kind. Das heißt, man findet zu sich selbst. Man hat die Ausgewogenheit. Man kann hier das Leben genießen. Oft steht ja die Sechs der Kelche oder wird so gedeutet für den Seelenpartner. Ja? Kann auch manchmal sein, muss aber nicht immer sein. Steht für den Genuss des Lebens beispielsweise, für die Freude im Leben, Seelenpartner. Und wir haben ja jetzt hier schon festgestellt, dass hier ein Kandidat auf den Plan kommt. Es ist ja auch, es wird ja auch schon deutlich gesagt, dass es hier keine Person aus der Vergangenheit ist, wie ich am Anfang vielleicht sogar vermutet habe, sondern dass es hier tatsächlich um eine komplett neue Person geht. Ja, eine Person, die weiß, was sie will, die natürlich auch sehr aktiv ist. Also da muss man natürlich auch ein bisschen mitziehen. Wer so ein ganz stiller Charakter ist bei euch, der könnte sich davon erst mal ein bisschen, ja, wie soll ich jetzt sagen, überfordert fühlen. Aber einfach mitziehen, weil das hier sehr, sehr gute Chancen hat, etwas dauerhaftes zu werden. Einige von euch könnten auch, und das will ich gerade noch mal, weil mir das so durch den Kopf schießt, anbringen, könnten tatsächlich auch eine geschäftliche Partnerschaft oder einen tatsächlich interessanten Arbeitsvertrag angehen. Ja? Es muss, kann auch um Arbeit gehen. Und das Lustige an dieser Sache ist, das kommt nicht von jetzt auf gleich. Man wird sich erst mal längerfristig. Es kann sein, dass dieser Bewerbungsprozess etwas länger dauert. Das ist vielleicht für euch ein wichtiger Hinweis. Also nicht auf dem üblichen Wege. Ich schicke eine Bewerbung und dann mache ich einen Vorstellungstermin und dann ist alles Klärchen. Sondern irgendwie ist das erst was Kleines, wo man sich kennenlernt. Also passt hier bitte gut auf. Was haben wir hier? Was mir gerade noch in den Sinn kommt, der Bube der Münzen kann auch für ein Kind stehen. Vielleicht bekommst du einen Partner, der ein Kind hat. Und beim Buben der Münzen ist es wahrscheinlich eher ein Junge als ein Mädchen. Gut, Hinweis auf Schwangerschaft habe ich jetzt hier nicht. Aber diejenigen von euch, es könnte durchaus bei einigen passieren. Warum spreche ich das Thema Kinder bekommen an? Weil wir hier auch einen Hinweis auf erotische Freuden haben. Ihr versteht, was ich meine. Also wer das nicht möchte, sollte entsprechende Vorkehrungen treffen, vor allen Dingen im zweiten Quartal. Könntest du, wenn du eine Frau bist, gesegnet sein und wenn du ein Mann bist? Denke bitte auch darüber nach, inwieweit dir das im Moment schon willkommen ist. So viel dazu. Das sollte ich euch auf jeden Fall noch sagen, weil der Bube auch für ein Kind stehen kann. Hier die, es kann aber auch sein, dass einige von euch, einige wenige überrascht werden mit einem Nachwuchs, weil es so einfach Schicksal ist. Ja, das steht jetzt auf dem Lebensplan. Ganz egal, ob das jetzt gewünscht ist oder nicht gewünscht, aber trotzdem werdet ihr damit glücklich sein. Gut, schauen wir auf das dritte Quartal und wir haben wir jetzt so ein bisschen eine herausfordernde Energie, weil wir haben hier die einen Fünferliegen und die Fünft der Stäbe ist immer so ein bisschen im, ja, ist eine Energie des Wettstreits, der Konkurrenz und das kann natürlich viele Bereiche jetzt betreffen. Ich habe gar nicht so sehr das Gefühl, dass es hier um eine Konkurrenz im zwischenmenschlichen Bereich geht. Ich habe vielmehr das Gefühl, weil diese Energie hier mehr in die Stabenergie schaut, hier in diesem Dreiecksbereich, glaube ich, dass das um deine Selbstbehauptung im beruflichen Bereich, im finanziellen Bereich gehen könnte. Ja, zum Beispiel, du bist neuer Mitarbeiter in einem Unternehmen und du bist richtig gut und das schätze ich mal, dass du das auch sein wirst im beruflichen Bereich in 2025. Es ist ja immer so, dass die Kollegen dann nicht immer Beifall klatschen. Da wirst du mir Recht geben, sondern die Kollegen, die eben weniger gut sind als du, die könnten hier, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen dich so ein bisschen herausfordern. Ich habe Recht, ich habe Recht, nein, das machst du nicht richtig und so weiter und so fort. Das haben wir ja alles schon durch im Leben, ja. Diese Herausforderung der Situation kann Berufsbereich sein. Ich nehme jetzt aber mal, wo sind meine Lennys und schau mal, was es mit dieser Konkurrenzsituation auf sich hat. Gibt uns doch bitte mal eine Auskunft hier im dritten Quartal 2025. Was heißt das hier, Konkurrenz? Ja, die Blumen heißt eigentlich immer, ist nicht so schlimm. Vielleicht wird das dritte Quartal einfach auch nur ein bisschen anstrengender als die anderen Quartale, weil neue oder andere Herausforderungen kommen. Und jetzt habe ich schon wieder, jetzt habe ich hier schon wieder einen Hinweis auf ein Kind. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass eure Familienplanung anders verläuft, als ihr es geplant habt. Also es ist jetzt das dritte Mal, dass ich das Gefühl habe, dass hier irgendein Nachwuchs auf die Welt kommen will. Es ist aber nicht eigentlich negativ. Es ist nicht so schlimm. Und wenn es im Berufsbereich Reibereien gibt oder du selbstständig bist und mit deiner Konkurrenz rangelst, das ist ja normal. Alle wollen was verkaufen. Alle wollen Kunden gewinnen. Das ist ganz normal. Es ist aber alles halb so wild. Ja. Und wenn du Konkurrenten hast, Leute, die dich herausfordern, dann darfst du sicher sein. Und das sagen auch die Blumen hier. Du gehst, es ist alles in Ordnung. Du brauchst überhaupt keine Sorgen machen, weil die Leute, die dir da, ja, die dich da so ein bisschen herausfordern, können Kollegen sein, können Vorgesetzte sein, können Kunden sein. Die sind hier gar nicht gewachsen. Ja. Es gibt ja immer mal so Phasen, da hat man viel zu tun. Vielleicht hast du auch beruflich eine Aufbaufase im dritten Quartal 2025. Könnte ich mir gut vorstellen. Da blühst du auf, aber es läuft nicht alles ohne Widerstände ab. Du musst dich anstrengen. Das will ich dir nicht verschweigen, liebe Waage. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn man sich selbstständig macht, muss man sich anstrengen. Es könnte einfach auch eine anstrengende Phase sein. Es kann sein, dass es ja auch um Konkurrenz geht, was auch immer. Es ist aber nicht so schlimm. Ja, das haben wir mit den Landys hier geklärt. Gut, schauen wir auf das vierte Quartal. Ach, schon wieder ein Fünfer. Echt? Ja, das dritte und vierte Quartal. Da zerbrichst du dir ein bisschen den Kopf. Ja, es gibt schon im vierten Quartal Dinge, die dir Kopfzerbrechen bereiten. Einigen von euch soll ich sagen, wenn ihr euch mit einem Verheirateten, wenn ihr Single seid, lasst euch, und ich predige das immer wieder, auch wenn es euch langweilt, ich sage es trotzdem immer wieder, lasst euch nicht mit verheirateten Leuten ein. Weil, wenn ihr euch tatsächlich mit einem verheirateten Menschen einlasst, ihr habt hier den Hierophanten liegen, das ist eigentlich ganz typisch für verheiratete Leute, und das Kopfzerbrechen. Die Fünft der Schwerter ist immer so eine ganz unruhige Kopfenergie, wo man grübelt und sich den Kopf zerbricht und man kommt vielleicht auch gerade mit einer Situation mental im Kopf nicht so klar. Das ist eine Konfliktsituation. Warum ist die 5 immer eine Konfliktenergie? Du weißt, unsere Zahlenreihe geht immer von 0 bis 9, ja, und die 5 liegt in der Mitte, und deswegen ist die 5 immer ein so bisschen Konflikt beladen, aber man darf Konflikte ja nicht nur negativ sehen, sondern wenn man Konflikt auftaucht, dann gibt es was zu überdenken, ja, und vielleicht musst du, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machst, musst du dir über verschiedene Geschäftszweige in der zweiten Jahreshälfte nochmal Gedanken machen. Vielleicht hast du tatsächlich im Kollegenkreis diverse Situationen, wo es um Konkurrenz geht, wo es um Kämpfe geht, um Machtkämpfe. Das muss ich einfach auch dazu sagen, sonst wäre ich nicht ehrlich gewesen. Und ich kann dir aber eins versichern, dass du als Sieger hervorgehst, einfach deswegen, weil du nur mit redlichen Mitteln kämpfst. Du kämpfst und du wirst kämpfen, gerade im zweiten Halbjahr, in 2025, aber du wirst den Kampf gewinnen, weil du fair kämpfst. Ich hoffe, ich habe mich so klar ausgedrückt. Und du hast die Unterstützung des Himmels, weil wir haben hier den Hierophanten, ja, du bist beschützt und du bist diejenige oder derjenige, der sich hier als Autorität durchsetzt. In deinem eigenen Leben, im Rahmen der Konkurrenz, bei den Kunden, in der Selbstständigkeit, Qualität setzt dich immer durch, liebe Leute. Ja, gut, also kriegst du jetzt keine Panik, weil jedes Jahr hat irgendeine Herausforderung. Als ich 2024 angefangen habe, habe ich auch an nichts Böses gedacht, aber nie daran gedacht, mich komplett selbstständig zu machen. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Aber ihr wisst es ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und blums, was ist passiert? Selbstständig. Ja, ich wollte das eigentlich gar nicht so in dem Maße. Ich habe gedacht, Alter und so weiter und so fort. Ist viel zu unsicher. Ja, und jetzt bin ich selbstständig und es funktioniert. Ja, so kann es laufen. Ja, nur das nur dazu. Deswegen sage ich, Herausforderungen kommen immer. Die kommen in jedem Jahr, in jedem Monat, in jeder Woche. Aber ich habe den Eindruck, dass das hier keine Herausforderungen sind, die dein Leben kippen werden. Und ich glaube auch nicht, dass sich diese Konkurrenzsituation auf deinen Privatbereich bezieht. Weil, guck mal, wir haben hier die Zehen der Münzen liegen. Ganz, ganz wichtig ist, was auch immer. Ihr plant im Geschäftsbereich. Es ist wichtig, dass es immer der redliche Weg ist. Brauche ich euch nicht zu sagen. Aber es gibt ja auch Menschen, die vielleicht sich Dinge überlegen, weil sie langfristig in einem Mangel überlegen, in einem Mangel gelebt haben, die vielleicht so ein bisschen schräg sind. Ja, schräge Wege. Mehr sage ich dazu nicht. Das solltet ihr nicht tun. Denn das Gute wird siegen. Und der redliche Weg wird siegen. Ja, sieht ein bisschen nach einer Konkurrenzsituation aus, nach einem waschechten Konkurrenzkonflikt. Es könnte auch an einem Arbeitsplatz so ein bisschen eine Energie von Neid und Missgunst kommen. Es könnte auch Leute euch ein bisschen übel nachreden. Ist eigentlich noch nicht in der 5 thematisiert. Aber Konflikte, Streit. Ja, das kann man hier schon deutlich rauslesen. Und du wirst aber Glück haben in dieser Situation, weil du immer ehrlich kämpfst, weil du alles richtig machst. Achte bitte darauf, dass du auch alles ordentlich aufschreibst und so, dass du alles belegen kannst. Und da kann dir eigentlich gar nichts passieren. Schauen wir mal auf die Quintessenz. Die Quintessenz sagt dir, du hast eine Idee gehabt in der Vergangenheit. Du bist in der Vergangenheit inspiriert worden in 2024. Ja, und in 2025 ist es wichtig, aus dem Gedanken an etwas zu tun, die Handlung zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Im Laufe des Jahres 2025, liebe Wagen, wirst du aber auch noch neue Inspirationen und neue Wege finden. Und wir hatten das ja eben schon mal thematisiert, dass es notwendig sein kann, hier im Bereich von Beruf, Projekten, Selbstständigkeit noch mal Dinge neu zu überdenken. Vielleicht neue Geschäftszweige zu eröffnen. Es kann auch manchmal sein, dass es Dinge gibt, Veränderungen in der Berufswelt, in deinem beruflichen Umfeld. Das können Gesetze sein, das kann sonst irgendwas sein, die dich auch herausfordern. Und wo du jetzt auch überlegen musst, ja, wie mache ich das jetzt? Ja, wie passe ich mich da an? Wie kann mein Unternehmen trotzdem überleben? Ja, das ist leider so. Da muss man sich dann immer aufs Neue Gedanken machen. Alles in allem kann ich dir sagen, liebe Waage, dass es auch ein glückliches und produktives 2025 geben wird für dich. Aber du hast deine Lektion gelernt und es kommen wieder neue Lektionen. Das heißt, du bist im Wachstum, liebe Waage. Ja, liebe Waage, dem ist jetzt nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, die Legung konnte dir etwas sagen. Lass mir ein Däumchen da oder ein kleines Abo. Ich wünsche dir jetzt erstmal von Herzen alles Liebe, viel Glück und bleib mir schön gesund. Mach's gut!